Hey, wir brauchen hier deine Meinung. Wir brauchen hier, wir brauchen hier, wir brauchen hier. Wir brauchen hier, wir brauchen hier. Wir brauchen hier. Wir brauchen hier, wir brauchen hier. Natürlich, sie hat in der Formel 2 große Wellen geschlagen. Und Ackermann hat nur noch über sie gesprochen. Hier ist unsere führende Kelly Mayer. Sie ist hier heute in Sandford mal wieder unglaublich schnell unterwegs. Und jetzt fährt sie in die Box. Was haben Sie vor? Das ist eine interessante Strategie von Ihnen. Sie hat ein äußerst hohes Tempo vorgelegt. Ist das die richtige Entscheidung? Ein gewagter Ansatz, ganz klar. Etwas verrückt meiner Meinung nach, aber warten wir es ab. Und da ist sie, mit brandneuen Reifen. Alle anderen haben noch die ursprünglichen Reifen drauf. Auf welcher Position wird Kelly Mayer heute landen? Warten wir es ab. Okay, Kelly, let's go. We're gonna leave it to you. You know what to do. Come on. First done. Okay. Let's go. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Im Ernst, ich habe ein fantastisches Team um mich und er hier hat sich als äußerst nützlich erwiesen, mehr als alle anderen. Kasper, warum so schüchtern? Zeig dich mal. Ja, okay, okay, okay. Kelly sagt, Sie spielen in dieser Saison eine wichtige Rolle? Ich sitze nicht hinterm Steuer. Meine Reifenstrategie hat ihm nicht gefallen. Sie hat einfach keinen Respekt, ganz schön frech. Noch einmal bitte, welche Rolle genau spielen Sie bei Kellys Erfolg? Eigentlich gar keine. Es geht nur um sie. Damit hat er gar nicht mal so unrecht. Und hatten Sie da bereits Kontakt zu Kasper Ackermann? Ackermann und ich kennen uns schon sehr lange. Das ganze Büro ist ausgerastet. Na, das hat mir ein paar Minuten erspart. Wir sprechen uns dann wohl später. Wie geht's dir, Mom? Oh, ich könnte nicht stolzer sein, Kelly. Was für ein Rennen. Das ganze Büro ist ausgerastet. Na, hör auf. Ernsthaft? So wie du fährst, müssen wir deinen Namen ändern. In was? In Gewinnerin. Du hast das Ding im Sack, Kell. Ja, genau. Das ist der preisgekrönte Journalismus, den ich jetzt brauche. Aber ein Rennen nach dem anderen, ja. Oh, hört sich nach Kasper an. Passt er auf dich auf? Immer. Ich habe ein Treffen mit ihm, zu dem ich zu spät kommen werde. Ich muss los. Okay? Okay, Süße. Ruf mich heute Abend an, ja? Gut gemacht. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.